Hallo und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Paar von Pokémon Nuzlocke Challenge. Und bevor wir jetzt gleich irgendwas machen, was sinnvoll ist, muss ich euch noch ganz kurz sagen, ich bedauere es, sehr, sehr stark, dass wir in dem Eisbiom nicht dieses Speiseeis gefangen haben. Wieso? Ganz einfach, ich hätte es Just Ice genommen, also genannt, und jedes Mal, wenn ich mit ihm Curry gegessen hätte, oder wenn er ein gegnerisches Pokémon vernichtet hätte, wäre meine Aussage gewesen, Justice has been served. So, Just Ice has been served. Goddammit, das hat mir eigentlich nicht verruiniert. Egal, und damit nochmal die Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play Part. Wie wir gerade gesehen haben, wir müssen gehen, Westen gehen, Deion braucht unsere Hilfe, also er meinte, ich hoffe, dass es alleine war, it's champ time und so ein Bullshit. Aber wenn man da nicht hinterher geht, dann geht es nicht weiter, weil Leute meinen, ey, gucke mal, es sieht so süß aus. Ah, weil ich meine, ey, guck mal, der Champ ist noch nicht wieder zurück, äh, hilf ihm schnell, bitte. Apropos hilf ihm, mir ist gerade leider nicht mehr zu helfen, weil wir haben nur noch fünf Pokémon. Wir kommen danach noch mal in ein Gebiet, wo wir ein neues fangen können, das sollten wir jetzt allererstes machen. Ähm, das ist das letzte Pokémon vor der Siegesstraße. Just saying, übrigens, ihr beiden seid nicht sehr effektiv. Gibt's hier Items? Ihr habt doch gerade irgendwas funkeln sehen. Ja, ist mal Star-Kampf. Ja, direkt vor denen gibt's ein Item, das ist ein bisschen ungünstig. Ähm, ich würde, glaube ich, als allererstes neue Pokémon fangen. Es wäre mir so persönlich wichtig, dass wir so ein bisschen was haben, äh, was wir dann auch direkt trainieren könnten. Das war, weiß ich, ein bisschen viel. Ha, nein, wunderbar, aufhören. Weil ansonsten kommt Pokémon da runtergeplompst und klaut dir fast all deine Bären. Ich glaube, alles, was sich irgendwie heilt oder so, ähm, auf jeden Fall nicht schön. Ich weiß auch gar nicht, ob die Bären alle brauchen, ich weiß nicht mehr, was die Bären so machen. Aber gut, was soll's, haben wir halt ein paar Bärenbrüder. Da ist doch ein Item dafür. Ach nein, das ist ihre Uhr oder sowas, die da immer mal wieder funkelt. Oder ein Ball, keine Ahnung. Okay, wir gehen als allererstes neue Pokémon fangen. Hoffen auf das Beste. Und ich hoffe einfach mal, dass jetzt gerade kein, ähm, Trainerkampf kommt. Ist hier überhaupt ein Pokémon? Dillion, Dillion, du schaffst es! Es gibt hier keine Pokémon! Goddammit! Das ist belastend. Das ist richtig belastend. Was sagst du dazu? W-w-w-warum? Ja, das denke ich mir auch. Warum nur? Schicken die mich hier alleine hin? Egal, ähm. Das heißt, wir mit den Pokémon, die wir haben, den achten Horn bekommen. Oh, das ist bitter. Aber ich habe eine grandiose Idee. Ich habe mir nämlich nicht nur dumme Flachwitz überlegt. Ich habe mir auch überlegt, wie wir kämpfen können. Und Hitachi ist da. Perfekt mit dabei. Denn wie wir da mal ganz kurz sehen können, hat er ja immer noch, weil ich ja nicht doof bin. Warte, warte. Ich kann nur die Steuerung nicht. Doof bin ich nicht. Überheblichkeit. Der Angriff wird wirklich pro Statuswert erhöht. Genauigkeit zählt mit. Um 20 Stärke. Ich habe das nämlich mal gegoogelt, weil Andreas Pokémon jetzt auch nochmal allein angefangen hat. Da er ebenfalls ein Mike Crow hatte. Was übrigens nicht für Mikro steht, wie ich es jedes Mal falsch sehe, sondern für Meisekrähe. Was vielleicht so die Vögel sein könnten, was hinten steht. Egal. Und normalerweise ist ja Clownwetzer ganz cool. Aber ein Gigantamax-Clownwetzer könnte vielleicht doch ein bisschen geiler sein. Hoffe ich persönlich. Wenn nicht, würde er zumindest erhöhte Geschwindigkeit haben und erhöhte Verteidigung und erhöhte Angriff und Genauigkeit, nachdem er aus seiner Max raus ist. Das heißt, ich habe bloß 4. Das heißt, das Ding hat 120... Rechnen kann ich. 100 Stärke. Nein, warte. 4 Sachen verbessert. 20 je. Genau. Hat 100 Stärke, während er bloß 1 Angriff hat. Das heißt, ich glaube, dass Itachi ihm Gigantamax richtig geil abräumen kann. Das ist mein Plan für den nächsten Kampf. Es ist immer noch Drache-Gegner, den wir jetzt haben mit Roy, der bloß ignoriert, dass er Drachen-Pokémon haben sollte. Er ist Doppelkampf, deswegen ich jeden Fall Itachi einsetzen werde. Und dazu meine Lausitz. Das ist mein Plan dafür. Ja, ich erzähle euch immer meine Pläne, damit dann das Spiel, wie jeder gute James Bond-Superheld, wer das wohl sein wird, meine Pläne durchkreuzen kann. Ich erinnere nur, Haram, wer wird meinen nächsten Orden machen, mit Durchbruch. Habe ich gerade dreimal noch mich auf Erster gemacht, sehr witzig. Und das Spiel meinte so, are you sure about that? Das war die falsche Bewegung, aber ihr wisst, was ich meine. Gut, hoffen wir, dass es diesmal nicht so ist. Das ist eh kein allzuweiter Weg bis dahin. Oh, eine Burnie. Ist das noch Pumpkronk? Wie dein Herz schlägt, wenn du sie küsst. Ist das noch Pumpkronk? Und jetzt habe ich vergessen, wie der Sexfighter geht. Und wir werden zumindest hierfür etwas überlevelt. Was ja schon mal sehr, sehr gut ist. Ich habe lang darum gekämpft, überlevelt zu sein. Ich würde sagen, Le Riffex, Typ Gift und Donner. Ah, es könnte dezent wehtun, wenn der so einen Schaufler abbekommt. Ich wollte nur mal so nebenbei gesagt haben. Es ist übrigens voll passend, wie dieses Musiker- und Tänzerpärchen einen Musiker und eine Tänzerin hat. Weil Riffex halt ein... Uh, Mondgewalt. Oh mein Gott, Genickbruch kann Genickgebrechen. Nice. Da kann aber auf Ruhr sowas von raus. Mein Ruhrort finde ich nur noch relativ cool. Luftschild ist sinnvoll und Sondersensor auch. Mondgewalt, Gott, David. Ich wusste gar nicht, er hat es kann. Wir kämpfen gegen den Drachen. Wooo. Also, gegen einen, der, ich glaube, ein Drachen-Pokémon hat. Ähm. Don't die on me. Fangs. Ähm. Ich wusste jetzt nicht, dass der... Okay, ich wusste jetzt nicht, dass Elektro-Pokémon Elektro-Angriff einsetzen kann. Wer hätte das auch kommen sehen? Ich habe so ziemlich nix. Also, mein Team ist einfach so komplett ausgedüngt. Und... Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ähm. Neue Pokémon-Funk. Vielleicht nicht jedes Pokémon, was ich dir hier umbringe. So viele tolle Ideen, die ihr alle habt. Aber es hat halt nicht funktioniert. Wir kriegen, sollte ich es irgendwie schaffen, den achten Ohr zu erledigen, kriegen wir auf jeden Fall nochmal ein neues Pokémon, wenn wir dann, ähm... In die Siegesstraße gehen. Dort können wir uns nochmal ein Eis-Pokémon fangen, wenn ich nicht ganz täusche. Oder ein Duralodon, wenn wir irgendwie ein Prozent Chance hinbekommen. Just saying, die Option besteht. Wooo, Itascha steckt im Level, yay. Ähm. Das sind so die Optionen, die ich habe. Ich glaube, dann war es das letzte Pokémon, was wir bekommen könnten. Ich könnte jetzt nochmal zurücklaufen. Zur Pension. Wo wir ganz am Anfang gesagt haben, ey, gucke mal. Hier gibt es rein theoretisch eine Bernie. Also, was wir gerade gekämpft haben. Ein Klein. Ein Riffvex. Eine Toxel heißt es, glaube ich. Ähm. Wenn man nicht meine dummen Spitznamen benutzt. Und, ähm... Wir haben es, äh... Warum ich Spurl genannt habe, ich glaube ich schon mal erklärt. Gut. Ähm. Das könnten wir uns auch holen. Problem ist, dass es jetzt natürlich auf Level 5. Was nicht so ein großes Problem ist, weil es ist ein Baby-Pokémon. Es levelt schnell. Wir hatten es mit dem Team. Es würde ziemlich schnell mitmachen. Ich habe nur gesagt, ich will es eigentlich nicht holen, weil es halt so ein Pokémon ist, das einem hinterhergeworfen wird. Grundsätzlich kann man die Dinger in Nasslock mitnehmen. Das ist nicht verboten. Ich hatte nur bei mir gesagt, lass nochmal raus, weil ich habe das schon mal benutzt. Ich weiß, wie stark das ist. Ähm. Vielleicht benutze ich es jetzt mal lieber nicht. Ähm. Ich will es auch so schaffen. Aber ich scheine es ja so nicht zu schaffen. Da ist es, glaube ich, eine gute Idee, das mal noch abzuholen. Das heißt, wir laufen einmal hier durch, damit der Story-Ding getriggert ist. Und danach, äh, fliegen wir kurz dahin. Wenn ich irgendwie einen Weg hier durchfinde. Gott, verdammte Scheiße. Geht auseinander. Macht Platz für den zukünftigen Champ. Hoff mal. Einfach mal. Hey, sieh du. Hey, Hopp. Äh, hast du das mitbekommen? Ähm. Geh ich so dich in Lärm? Genau. Es war dieses laute Brumms. Es war ein Bums. Aber egal. Ich weiß, es ist mir klar, dass du Bums nicht kennst. Und dann ist dieses rote Licht erschienen. Und dann. Und dann. Und dann hat sich plötzlich ein Willis-Pogmas zu mir. Der war dynamixiert. Und wir haben es nicht mal gesehen. Übrigens, das ist die Story, die man mitbekommen muss, wo es sonst nicht weitergeht. Äh. Und Deon hat es wirklich geschafft. Was war es? Ein Mautzinger. Gut, dass ich nicht da war. Dieses Vier hat nämlich so tode erschreckt. Deon ist einfach der coolste. Ja, ja. Nicht der coolste. Der zweitcoolste. Das geht in Ordnung. Immer noch davor. Mein Bruder, sein Knurra, kam nicht lang gefackelt. Badum. Und er ist allerdings jede Pokémon für Stelle ins Verkehr gezogen. Gut. Ähm. Das ist mir mal wieder bewusst geworden, wie stark mein Bruder wirklich ist. Wow. Ich muss mit ihm reden. Soweit ich weiß, sollte er ein Klor City sein. Wer hätte das gedacht? Da bei der nächsten Arena. Ähm. Ist das jetzt eine neue Route oder nicht? Ich glaube, ich war hier nämlich schon mal. Dann wäre das keine neue Route nach Adam Riese. Wir haben hier, äh, den Trainer. Ich bin da hinten auf jeden Fall schon mal lang gegangen. Das weiß ich. Äh. Da haben wir Zundere Zahn geholt. Die so wunderbar lang überlebt hat und so. Und als Herz gewachsen ist in diesen ganzen vielen, vielen Kämpfen. Route 7. Nein, hier waren wir schon. Goddammit. Was heißt wirklich kein neues Pokémon? Wir holen uns Birnen. Geht in Ordnung. Sollte ich den Trainer da noch mitnehmen? Ich glaube, ja. Ich meine, jeder Erfahrungspunkt ist erstmal definitiv hilfreich. Deine Stärke steht dafür ins Gesicht. Geschrieben. Sei so gut und gestatte mir, mich in deinem Kampf davon zu überzeugen. Ja, aber musst du vorhin die Brille putzen, sich hinsetzen, sonst hau ich dich um. Oder du siehst es halt nicht. Ist da die große Krabbe? Nein, hier ist Patrick. Sorry. Das muss ich gerade dran denken. Okay. Das Schwert kann keine Bären mehr essen. Wer hätte das kommen sehen? Der sollte Geist Stahl sein. Das heißt, wenn ich ganz, ganz lang meine Klauen wetze, sollte Überheblichkeit ihn erledigen können. Ich glaube, Duokless an sich ist auch gar kein so starkes Pokémon. Es wird erst dann stark, wenn es zu Grammognes wird. Also die Weiterentwicklung und dann Schild und Schwert ist. Wäre übrigens sehr, sehr bitter gewesen, wenn es dieses Schild und Schwert Pokémon in Schild und Schwert nicht gegeben hätte. Es ist auch sehr schade, dass man eine so nebengestellte, untere Rolle spielt und nicht irgendwie wichtig ist. Aber naja, gut, was soll's. Man kann ja nicht alles haben. So, ich habe übrigens jetzt schon einen Angriff, warte. Ich habe einen Zweier erhöht und einen Zweier erhöht. Das heißt, ich habe jetzt schon einen Angriff, der, äh, ich bin selber plus vier. Meine Angriff ist also jetzt auf 100, jetzt auf 140. Alter, Überheblichkeit ist so badass, wenn man nur so ein bisschen Zeit hat, sich aufzuladen. Ich habe das viel zu selten benutzt, weil ich dann nur dachte, oh mein Gott, Itachi, nein. Der ist so squishy, der wird draufgehen, der stirbt. Dann habe ich halt jetzt einen Metallvogel und habe da schon mal versucht, so ein Flugzeug abzuschießen. A.K.A. Metallvogel. Ist ganz schwer. Außer du hast einen Laserpointer. Wenn du dann, das ist tatsächlich schon ein paar Mal passiert, wenn du dann den, ähm, Piloten mit dem Laserpointer ins Auge triffst, dann kann der geblendet sein und das Ding kann zum Absturz kommen. Rein theoretisch sehr unwahrscheinlich, Sia 9-11, einmal in zehn Jahren vielleicht. Ah, wir haben 2020. Hm, hoffen wir, dass Itachi demnächst nicht abstürzt. So, ist das ein bisschen überheblich? Das ist ein 100-Fahrzeuge-Angriff. Ich habe eins, warte, ich habe 2,5-fachen Angriff. Also, Damage, den ich raushaue, das sollte eigentlich alles nur tot sein. Sondern das Feld betreten um Unfallen. Und das nicht zwangsweise wie zu stark kümmern, sondern einfach nur so, äh, ist der geil. Ist dieser, dieser Selbstbewusstsein, diese Überheblichkeit. Ich meine, oh fuck. Begründet, oh guck mal, er protzt zurück. Ey, ich bin der Geilste, bist du sicher, Juggi? Ich habe viel mehr Buschkillen. Oh, okay, Quartermark, mach. Ich meine, ich meine, Itachi gewinnt trotzdem. Ich meine, ich mache Schaden. Du, halt nicht. Jetzt dir mal wie Itachi die Fehlernäge lackiert, dann wäre es dir jetzt auch sinnvoll gewesen. Und wenn das, wenn ich es damit schaffe, irgendwann dann Champion Coca-G zu erledigen, bin ich so stolz auf meine Überheblichkeit. Ach so, er wurde vom Hocker gerissen. Wir brauchen unbedingt ein bisschen Heilung. Das könnte man da hinten holen, wir können es aber auch sein lassen. Und wie ich diesen Weg einfach nie gesehen habe. War der vorher schon da? Wahrscheinlich nicht. Ich meine, ich habe hier schon zweimal das Spiel gespielt. Diesen Weg jedes Mal übersehen. Höchstwahrscheinlich hat dieses... Dieses Dynamaxierte Pokémon, äh, den Weg hier freigeballert. Weil er es Mautzinger sich nicht in Grenzen halten konnte und einfach durchgelaufen ist. So. Ah, Bottle B, mein E-Punkt, Kohli. Oh, schön dich wiederzusehen. Ich habe das übrigens auch noch ins Herz geschlossen. So ziemlich jedes Pokémon, was ich mal beim Sonne-und-Mond-Let's-Play irgendwie benutzt habe, ist mir jetzt noch ins Herz geschlossen, auch wenn es halt, ähm... Dankeschön. Ähm, ich in keinster Weise wieder benutzt habe. Ich meine, mein Team war vielleicht nicht zwangsweise scheiße bei Sonne-und-Mond, aber relativ unkonventionell an vielen Stellen. Das heißt, ich habe die Pokémon nie wieder benutzt, aber ich erinnere mich immer noch an alle und ihre Spitznamen. Wir sollten hier wechseln. Ähm, ich weiß immer noch nicht, wie Flug gegen Flug agiert. Ich hätte es mir dazwischen auch mal nachschauen können. Hätte ich theoretisch auch wissen sollen, aber ich weiß, dass sowohl Flug als auch Käfer sterben, also gerade Vögel und Käfer sterben, wenn man ihnen einen Stein ans Gesicht wirft. Und genau das würde ich erzwungenermaßen. Es ist keine gute Idee, ein Kohlekraftwerk unter Druck zu setzen. Wieso? Weil es an Diamanten verbrennt. Ich meine, das ist grundsätzlich äußerst hilfreich. Aber es muss ja jetzt nicht sein. Ha! So, easy. Ich meine, ich habe dich irgendwie vor. 15 Parts übersehen, das tut mir leid. Ähm, Naviz Felicitat. Es verlangen keine Weihnachten mehr. Ich kann die Liga nicht mehr auswendig. Du bleibst mir vom Hals, ansonsten drehe ich deinen Hals um. Dafür habe ich extra Genickbruch dabei. Der kann das. Der ist trainiert darin. Jeder muss halt irgendeinen Beruf ausüben. Er heilt halt Pferde. Mit einem magischen Zaubertrick. Namens Genickbruch. Die haben nie wieder Schmerzen. Das sollte ich vielleicht weiter erklären, damit es nicht komplett random ist. Ähm, es ist komplett random. Aber es kommt von der Pen & Paper Session von mir und meinen Freunden. Und wir hatten halt einen Magier dabei. Und der Magier hat halt gezaubert. Heilzauber auf dem Pferd. Und hat halt kritisch gefailt. Was heißt, irgendwas Schlimmes passiert. Und er hat halt das Pferd umgebracht mit seinem Heilzauber. Und da kam er dann halt durch viele Dödelein und Rum. Ähm, Freude rein auf die Aussage. Ey, gucke mal. Der hat gerade den Magier. Der Magier hat den Zauber-Genickbruch eingesetzt. Das Pferd vom Schmerzen befreit. Daher kam das. So, wir haben Top-Beneber. Ich weiß, ich habe gemeint, die will ich irgendwie als Anzinsung schon mal da behalten. Ich meine, mit den ganzen Inflationen, die wir hier im Pokémon-Universum haben. 200 Dollar für eine Getränkeflasche. Ja, nee, ist klar. Ähm, wären vielleicht ein paar materielle Werte besser gewesen. Aber man kann halt nicht alles haben. Was, apropos haben. Was hast du hier im Angebot? Feuerzahn, Donnerzahn, Megakick. Eiszahn könnte cool sein. Ich habe keinen Plan mehr, wer von mir das lernen können sollte. Oh Meteorologe. Wenn das mein Groot erlernen kann, wäre das richtig, richtig nice. Ähm, gerade für die kommenden Kämpfe. Ansonsten brauchen wir noch ein bisschen Heilung. Der letzte Kampf hat ein bisschen viel von mir gekostet. So wie jeder Arena-Kampf, den ich jemals irgendwie hatte. Äh, Bälle haben wir noch nicht viele. Ich möchte das nächste Pokémon ja sicher fangen. Also nehmen wir hier mal noch 13 mit. Und den Rest können wir eigentlich in Hypertränke reinbadern. Oh, es gibt Toptränke. Ist auch cool. Aber ich glaube, Hypertränke reicht. Nehmer Nummer 24. Das sollte passen. So grob geschätzt. Roy kämpft, wie gesagt, im Teamkampf ziemlich viel mit Wetter. Und ich glaube, so etwas wie Aufwecker, Parahalle und so braucht man dann nicht. Äh, BD-Berschutz. Superschutz, Top-Schutz und Pogge-Puppen. Ja, können wir noch ein paar mehr Bälle holen. I've got Balls of Apricorns, weil Steel ist es auf jeden Fall nicht mehr. Okay, heilen wir noch ganz okay. Ich weiß nicht, ob ich es schon getan habe oder nicht. Doppelt hält besser. Dann holen wir Birney. Ich werde sie nur wahrscheinlich nicht Birney nennen, oder? Ich meine, ihr kennt höchstwahrscheinlich fast alle mein Fire Emblem Let's Play nicht. Und selbst da kam es nicht vor. Ihr kennt wahrscheinlich nicht, was ich so in meiner Freizeit mache. Hoffe ich. Sehr stark für mich. Ähm. Mal sehen, was es dort auch so für Optionen gibt. Also, erstmal weiß ich, Fragezeichen, dass das hier zu holen war. Weiß ich, was von beiden kürzer ist. Ich meine, ich habe hier mein Rotor im Rat. Es sollte schnell gehen, wenn ich nicht vergesse, es einzusetzen. Wir könnten auch, wie gesagt, ein paar Diner Raids ab und zu mal machen. Oh, warte mal. Wir können ins Wasser. Boah, wie schlau bin ich eigentlich? Like a boss. Oh, warte, warte, warte. Wir haben in diesem Gebiet noch kein Pokémon gefangen. Nice. Das heißt, ein neues Wasser-Pokémon für mich. Ähm. Da können wir meine Überheblichkeit gerne vorne haben. Ab ins Wasser, Augen zu und durch. Komm schon. Irgendwas Cooles. Weil mal von mir aus, oder ich habe den Kremotank vorhin gesehen. Es geht auch. Bitte alles, nur kein Baldor-Fisch. Bin ich absolut zufrieden. Ring, Ring. Lust herzukommen? Ist das überhaupt ein Pokémon? Ich sehe es nicht. So mit Augen zu ist das schwierig. Ah, da war eins. Und es ist das Kremotank von vorhin. Okay, wer hätte das gedacht? Unlicht, grundsätzlich okay und Wasser. Ähm. Können wir an sich daher gerne mitnehmen? Ich meine, ich habe keine andere... Oh mein Gott. Es ist 50. Wir nehmen das mit. Ähm. Bitte, bitte töte mich nicht. Meine umbringen werde ich es nicht, wenn es ansatzweise okay ist. Oh. Gar nicht mal so schlecht. Sehr schön. Oh nein. Nein, nein, nein. Stopp. Halt. Stopp. Du wirst jetzt nicht mein Team einfach durchsweepen. Hör auf mit Schwerttänzen. Okay, das war ein Volltreffer. Das war ein Volltreffer. Ach, scheiße. Nachttief. Please don't die. Please don't die. Please don't die. Ich meine, es hilft nichts, wenn ich neues Pokémon fange und dabei ein altes Pokémon von mir drauf geht. Komm her, Zerex. Du hältst doch bestimmt so einen Nachttief auf. Der ist nicht sehr effektiv. Und oh mein Gott. Please don't hurt me. Habe ich einen Tauchball? Bitte. Bitte. Komm schon, komm schon. Ja. Ja. Nein. Das war es für Zerex. War schön, dich kennengelernt zu haben. Das ist doch nicht sein Ernst. Es tut mir leid. Er hat sich selber umge... Das war ja mal voll effektiv. Das ist die Idee, die ich jemals hatte. Aber hey, ich habe einen Solarstrahl bekommen. God damn it. God fucking damn it. Das tut mir leid, Zerex. Das wollte ich nicht. Jetzt ist er gestorben. In dem Gräben. Können wir den Partner mal sofort anfangen? Das finde ich so nicht in Ordnung. Meteorologe funktioniert sehr schön. Oh mein fucking Gott. Was haben wir mehr? Wir haben mehr Spezialangriff. Du wärst allerdings Spezialtyp und Stärke der Tage vom Wetter zum Zeitpunkt der Anwendung abhängig. Weiß nicht, wie viel stärker das wird, wenn da was kommt. Es ist aber... Gut, die Stärke ändert sich auch nochmal. Ich nehme mal an, dass es verdoppelt wird. Dann wäre es bei 100. Es könnte auch auf 75 gehen. Das wäre immer noch so stark wie Eishieb. Es ist allerdings Spezial. Das heißt eigentlich, es wird Lawine weg. Beim Angriff auf das letzte Ziel. Diese Rund vom Ziel getroffen. Verdoppelt sich die Stärke der Attacke beim Angriff auf dieses Ziel. Okay, das heißt, wir hätten 120, wenn wir langsam sind. Wir sind, glaube ich, nicht allzu stark. Äh, also auch allzu schnell. Ich würde drunter Lawine wegmachen. Ich meine, Hagel ist an sich mit ihm immer da. Boah, was ist jetzt? Das ist doch nervig. Jetzt haben wir Cerex verloren. Mein Fane-Pokémon. Gott, damit wegen der Kalklinge. Wieso ist das eigentlich bestorben? Hat Kalklinge Rückschlag oder was ist da los? Ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich absolut verarscht. Mann. Mann. Mann.